Die Versicherungsbranche hat einen unsagbar schlechten Ruf und dabei sind Versicherungen für den Menschen im Kern doch was extrem Gutes und was extrem Wichtiges. Und deshalb ist es mein Ziel, dass die Menschen beim Gedanken an das Thema Versicherung wieder ein gutes Gefühl bekommen. Eine Beziehung zwischen einem Kunden und einem Versicherungsvermittler beginnt heute in den allermeisten Fällen im Internet. Und da ist es natürlich Voraussetzung, dass der Internetauftritt ansprechend ist. Und aus diesem Grund entwickeln wir Software mit dem Ziel, dass Versicherungsvermittler ihre Beratungskompetenz als ihr Markenzeichen in den Vordergrund stellen können. Die Versicherungsbranche ist am Anfang der Digitalisierung. Das Produkt Versicherung kann zu 100% digitalisiert werden. Und deswegen sind die Chancen riesengroß, die Versicherung hier in dieser digitalen Welt neu zu erschaffen, so dass auch der Kunde wieder Spaß am Thema Versicherung hat. Du hast ja die Möglichkeit im Team Regensburg oder Team Berlin zu arbeiten. Die Mitarbeiter wechseln sich auch mal aus und sind ein, zwei Wochen mal an einem anderen Standort. Es ist flexibel und trotz der räumlichen Entfernung sind wir immer ganz nah, weil wir im ständigen Kontakt miteinander sind. Die digitalen Welten machen das möglich. Wir skypen, wir chatten und wir telefonieren täglich mehrmals. Wir arbeiten als Team an zwei Standorten. Das funktioniert einwandfrei. Wir kommunizieren entweder über Telefon oder über ein Tool, womit wir viel schreiben und kommunizieren und wo wir uns einzeln ansprechen können oder als Team zusammenarbeiten können. Das macht sehr viel Spaß. Es ist halt sehr, sehr kollegial das Ganze. Das Unternehmen ist sehr familienfreundlich. Sie sind sehr flexibel mit den Arbeitszeiten. Also Kind und Familie ist einwandfrei zu vereinbaren. Du musst, um bei Experten Homepage erfolgreich zu werden, Spaß an der Arbeit mitbringen und frische Ideen. Dafür bekommst du von der ersten Stunde die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen und deine eigenen Projekte umzusetzen.